Hallo euch allen, das sind wir hier bei Madden NFL 19. Zeit wieder für ein richtiges Football-Spiel. Path to the Draft. Wir haben die vierte Daily. Der Daily Draft Challenge Reihe zu spielen. Diesmal geht es gegen den Number 4 Spot in der kommenden Draft. Und das sind die Oakland Raiders. Und das, obwohl John Gooden ja wirklich alles versucht hat. Irgendwie seinem Team den Number 1 Draft Pick in diesem Jahr zu gönnen. Aber ich glaube, nachdem er gesehen hat, dass es die Quarterback-Klasse nicht so viel hergibt, hat er gesagt, okay, dann lassen wir den vierten. Schauen wir, was wir da noch kriegen. Also sehr, sehr seltsam. Da haben sie ihre beiden Top-Spieler, Amai Cooper und Kaidi Mack, gehen lassen. Nach Chicago bzw. nach Dallas. Da dachten schon alle, okay, die sammeln jetzt Draft-Picks ohne Ende, um dann bei dieser und bei der kommenden Draft, bevor sie nach Las Vegas gehen, ja, viele Draft-Picks und neue junge Spieler vom College zu holen. Und dann verpflichten sie Antonio Brown. Also ich, äh, es gibt nur ein Team, was ich noch weniger verstehe in seiner Personalpolitik. Und das sind die Giants. So, James, Mr. Ein-Shazir, Keyshawn Johnson auf Seiten meiner Cowboys. Tahir Whitehead, Derek Carr, Rashaan Melvin bei den Los Angeles Raiders. So, dann schauen wir mal auf die Konstellation. Wir sind wieder im dritten Quarter. Wir haben den Ball, wir haben einen ersten und zehn an der Mittellinie. Wir liegen mit sieben Punkten hinten gegen die Raiders. Zwei Minuten vierundvierzig haben wir noch auf der Uhr im dritten Quarter. Dann sollten wir mal sehen, dass wir erstmal den Ball in die Endzone bringen, um hier den Ausgleich zu machen. Und Keyshawn Johnson hat außen dann eins gegen eins gegen den Cornerback. Wir achten mal, was der Free Safety da hinten macht. Der geht mit nach innen, dann gehen wir auf unsere sichere Variante, auf Hurst, auf unseren Tidehant. Der hat ein neues First Down, der Ball ist an der 36-Yard-Linie. Schöne Completion hier von Prescott. Bringt uns einen neuen ersten Versuch und zehn. Wir gehen mit die Double Slants. Cooper und Johnson auf der linken Turnouts, auf der rechten Seite. Alle gehen auf Stant-Routes. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir mit Fraschen schnell durften da drüben die Receiver frei sein. Und alle beide sind frei. Und Keyshawn Johnson macht es, bringt das Ding in die Endzone. Touchdown, und das ist Cowboys. Wir haben hier aber mal ein übeles Windchen. Der Ball aber ist durch. Ausgleich. 28, 28. Zwei Minuten und zwei Sekunden haben wir noch auf der Ruhr. Hier im dritten Quarter. Alter, was bläht es denn hier für ein Wind rein? Ich habe mich nie wieder über die Windgeschwindigkeiten in meinem geschlossenen, geschlossenen ATMT Stadium beschweren. Der Return geht bis an die 30-Jahr-Linie. Heißt, erster Versuch und zehn für die Raiders. Wir stellen unsere Defense mal entsprechend ein. So. Erster Versuch und zehn an der 30-Jahr-Linie. Laufspiel und da war eine ziemliche Lücke. Martin kommt bis an die 37-Jahr-Linie. Zweiter Versuch und vier. Vollständiger Pass. Ja. Raumgewinn. Nein. Derek Carr mit einer Completion, aber der Carr hatte der Receiver keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen. Dritter und sechs. Ball ist an der eigenen 34-Jahr-Linie für die Raiders. Wie viel Risiko gehen sie jetzt? Derek Carr wirft. Oh, die Außenord an der Miss-Tackle. Noch ein Miss-Tackle. Oh, das war ganz schlecht. Da hätten wir die Raiders doch eigentlich schon gestoppt. Jetzt haben sie einen neuen Ersten und Zehn an der 43-Jahr-Linie. Laufspiel. Aber schön gestoppt von Xavier Woods. Beides an der 47-Jahr-Linie. Zweiter Versuch und sechs. Also die Raiders machen hier mit ihrer Offense richtig gut Dampf. So, schaffen sie noch ein Play, bevor das Quarter endet. Das tun sie. Ein Laufspiel. Und nein, das ist doch einfach nicht zu glauben. Was ist denn mit meinen Tacklen heute los? Ganz schlecht. Neuer First Down mit Beginn des Schlussviertels für die Raiders an der 36-Jahr-Linie. Was bedeutet, sie sind schon fast in Field-Goal-Range. Aber wir haben ja gesehen, wir haben hier einen ganz ekligen Wind in Oakland. Also auf dem Field-Goal-Versuch, auf dem sicheren, würde ich mich hier ungern von der Prognose her einlassen. Oh, was für ein Option-Play! Da war die Lücke für den Running Back zu, aber Carr hatte eine Riesenlücke gesehen. Zweiter Versuch und vier Ball ist an der 30-Jahr-Linie. Die Raiders marschieren weiter. Und sie nehmen hier natürlich gerade richtig viel Zeit von der Uhr. Laufspiel aber wunderbar gestoppt an der 34-Jahr-Linie. Wir haben einen dritten Versuch. Und sieben. Der Ball ist an der 34. Jetzt haben wir natürlich einen ganz spannenden dritten Versuch und sieben. Ich gebe per Art über den einen Blitz. Dritter Versuch und sieben. Ball an der 34-Jahr-Linie. Oh, und Carr wird gezeigt. Jetzt ist der Ball an der 40-Jahr-Linie. Das ist gerade bei diesem Wind natürlich für den Field-Goal viel, viel zu weit. Das wären 57-Jahr-Linie. So, ich schicke meine Sicherungs-Formation aufs Feld. Nicht, dass hier irgendwie gefakt wird. Aber das tun die Raiders nicht. Der... Oh, der ist gut. Ein sehr guter Punt. An der 5-Jahr-Linie geht der runter. Da haben meine Cowboys jetzt einen ersten Versuch. Und 10... 2 Minuten 24 haben wir nur noch auf der Uhr. Wir beginnen mit den Double Slants. Linke Seite Johnson Cooper. Rechte Seite Tyron Owens. Alle auf Slant Routes unterwegs. Wir gehen auf Keyshawn Johnson. Der hat noch einen Vorblocker. Ah, kämpft und kommt bis an die 40-Jahr-Linie. Ein Riesen-Play. 35-Jahr-Linie. 35-Jahr-Linie. Keyshawn Johnson. Ganz stark gespielt. Jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende. Wissensweise nicht dem Ende, sondern wir haben uns dem 2-Minute-Warning genähert. Es sind jetzt die letzten 2 Minuten hier im Spiel. Angebrochen. So, ich glaube, wir müssen uns ja nicht so megamäßig beeilen. Die Raiders haben keine Auszeit mehr. Das heißt, ich kann mir wirklich Zeit lassen. Huston Sharp über die Mitte meiner Titans. Ich schaue mal. Keyshawn Johnson ist gedoppelt. Aber Shannon Sharp Mutter sehen allein. Beide schon an der 38-Jahr-Linie. Damit haben wir einen ersten Versuch und 10 und sind so langsam in Field-Call-Range. Aber was ich eben über die Raiders-Krise gesagt habe, gilt natürlich auch für mich. Ich möchte mich hier bei diesem Wind nicht auf einen Field-Call verlassen. Eddie George läuft über die linke innere Seite. Hat da eine Lücke. Eine wunderbare Lücke. Und ist in der Endzone. Touchdown der des Cowboys. Das ging schneller als erwartet. Aber wieder einmal bei Eddie George wirklich von niemandem aufzuhalten. Erster Versuch. Und 10 an der 2-Jahr-Linie. Kick ist unterwegs. Der Kick ist gut. 35 zu 28. Damit der Spielstand. 1 Minute 27 haben wir noch auf der Uhr. Kick ist unterwegs. Geht bis weit über die Endzone hinaus. Erster Versuch in 10. Nach diesem Touchback. Also an der 25-Jahr-Linie. Für die Raiders. 1 Minute 27. Cut. Derrick Carr noch Zeit. Auszeiten haben sie keine mehr. Das heißt, sie müssen sich hier ziemlich beeilen, wenn sie eine Chance haben wollen. Derrick Carr kauft sich ein paar Sekunden. Findet einen Receiver. Zweiter Versuch und 4. Wir blitzen mit beiden Safeties. Jungs, kommt nach vorne. Aber die Safeties kommen nicht nach vorne. Ja, Leute. Was ist denn das für eine Aktion gewesen? Wie lange bleiben denn meine Safeties da hinten stehen? Ach, wir sollen ja blitzen. Dann bubbeln wir mal leicht nach vorne. Aber erst, nachdem der Ball gesnappt wurde. Ei, 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 ei. Dritter und 4. Gott sei Dank konnte Derrick Carr das nicht nutzen. Gesehen hat das richtig. Aber da fehlte ein bisschen die Präzision. Ein langer Ball. Und der ist überworfen. Byron Jones war aber auch da. War näher am Ball als der designierte Receiver. Vierter Versuch und 4 an der 31-Jahr-Linie. Eine Minute und eine Sekunde haben wir nur noch zu spielen. Jetzt ist absolute Crunch-Time. Carr wirft. Incomplete. Überworfen. Turnover und Downs. Wir kommen an der 31-Jahr-Linie der Raiders mit unserer Offense wieder aufs Feld. Wir haben noch 57 Sekunden. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass die Uhr wieder anfängt zu laufen. Heißt, wir laufen über Eddie George. Der ist wieder untacklebar unterwegs. Jetzt ist er am Boden an der 22-Jahr-Linie der Raiders. Kurz vor der Red Zone also. So, weiter geht's. Wir haben ein Second in Inches. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Wir switchen mal rüber auf die rechte Seite. Haben ein First Down. Und jetzt fällt er um. Sehr schön. Er ist noch ein Zehn an der 12-Jahr-Linie. So, das heißt, wir sind jetzt gleich schon bei den letzten 20 Sekunden im Spiel. Lauf über Eddie George. Ah, der kommt nicht mehr hinter seinen Blocker hervor. War das schon der letzte Spielzug? Wir haben einen zweiten Versuch und acht. An der 10-Jahr-Linie aber die Sekunden tickern hier jetzt runter. Schaffen wir noch einen Snap? Jawohl, den schaffen wir. Eddie George sagt, okay, dann gehe ich auch nochmal in die Endzone. Bei auslaufender Spielzeit kommen die Cowboys noch einmal zu einem Touchdown. Der PET ist auch gut. Und damit haben wir einen 42 zu 28 als Endstand hier im Spiel gegen die Oakland Raiders. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.